heute stelle ich euch mal kein Minecraft Plugins vor sondern sowas ähnliches also nämlich wie man die .sk Dateien also Skript Dateien auf einem Minecraft Zufall installieren kann was sind überhaupt Skript Dateien Skript Dateien sind im Grunde genommen sowas wie ein Minecraft Plugin nur dass sie sag ich jetzt mal ein bisschen leichter zum programmieren sind und sie sind für euch auch besser denn ihr könnt da die könnt ihr ganz einfach mal Nordpad plus plus öffnen könnt alle Messages editieren könnt alles angucken das finde ich da halt gut da kann ja die Messages so ändern wie ihr wollt was halt bei Plugin nicht ist da geht es halt nicht da kann man nur das ändern was auch wirklich der Plugin noch was in die Konflikt machen dass ihr es ändern könnt das ist an Skripten also das zu den Skripten jetzt wisst ihr was ein Skript ist ja heute zeige ich euch wie man die installiert ja dann könnt ihr euch halt so Skripte installieren weil ich euch ja jetzt zeige wie es geht es wird auch wichtig sein weil ich in Zukunft auf meinem Kanal auch Skripte vorstellen werde ja und zu diesen Skripten gibt es auch Addons oder Addons oder wie man da ausspricht ähm fahrt ihr die kann man sich hier unten dann downloaden falls ihr davon irgendwas man braucht das dann sage ich euch natürlich dann das spreche ich da in diesen in der Vorstellung des Skriptes natürlich auch an ja also dollern wir uns mal das Plugin also um damit die Skripte lesen können brauchen wir ein Plugin dieses Plugin ähm und dieses plugin hilft uns dann die Skripte zu lesen und das plugin downloaden wir indem wir hier auf Skript drücken auf diesem blauen Button natürlich ist der ähm ist die Seite wieder unten verlinkt die klinge hier auf Last Version 2.2 ist wo und dann äh sollte sich das auch downloaden da werden wir aber zu Dropbox erst noch weitergeleitet hier dann sehen wir hier die Skript.zip die Sky Query.jar und die Skript 2.2.jar da gehen wir einfach hier oben auf herunterladen ähm als Zip herunterladen und dann müsste es sich auch schon downloaden ja da unten sehen wir schon ähm die Ansatz nur dahinter weil ich das schon auf meinem PC rumgammeln hab ja äh ja wie gesagt alles ist unten verlinkt äh ja das dauert es ein bisschen ich würde sagen ich kann das mal raus so jetzt hat meine OP Internet ist endlich geschafft diese Zip zu downloaden so die ziehe ich mir jetzt hier auf dem Desktop entpackt die mal hier also rechtsklick entpacken nach so dann ist sie auch entpackt dann ist es hier ein Ordner bei 7zip geht es so ähnlich aber ich schätze die meisten haben eh von euch bin dran dann brauchen wir das Archiv nicht mehr können sie in die Ecke schieben äh ja dann haben wir hier diesen Ordner da gehen wir rein da finden befinden wir da befinden sich drei Dateien ähm zwei davon brauchen wir wir brauchen die Sky Query und die Skript 2.2.jar die ziehen in unserem Server hier den Plugins Ordner ganz normal wie ein Plugin sind ja auch Plugins so und dann brauchen wir das hier auch schon gar nicht mehr können das auch löschen so und dann haben wir hier steigen wir den Server hier steigen Server das die Plugins auch aktiviert werden so der Server ladet dann die Plugins und und dann kommen auch Plugins Ordner so wir sehen schon dass er startet ähm generiert ein paar Weihnachtswelten ne ne Spaß er generiert ein paar Welten und wir sehen hier schon Skript Sky Query das hier so Enabled Nachrichten kommen dass es halt aktiviert wurde und wir sehen hier schon ähm Sky Query darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein da müssen wir nichts machen ich hier nur auf den Skript Ordner nein das ist nämlich das Skript Plugin da gehen wir mal rein da haben wir einmal ein paar Dateien ähm eine Config Variablen Alias und so Zeug ist nicht relativ wichtig wenn ihr nur ein Skript installieren wollt wir gehen einfach in den Skript Ordner dort sind schon Skriptes ähm was man so alles mit Skript machen kann ähm wenn ihr die nicht wollt könnt ihr die löschen das sind halt ein paar praktische Sachen aber ihr könnt die zum Beispiel löschen dann sind sie halt weg und wenn ihr dann wenn ich dann mal ein Skript vorstelle oder wenn ihr euch ein Skript irgendwo im Inhalt findet dann könnt ihr den da einfach zieht ihr den geht ihr einfach in den Plugins Ordner in den Skript in den Skript Ordner in den Skript in diesen Ordner und dort zieht ihr dann einfach den Skript rein wie lautet ihr den Server oder das Plugin ja und dann ähm habt ihr den Skript auch schon aktiviert ja ich würde sagen das war jetzt von diesem kleinen Video wenn es euch gefallen hat lasst natürlich ein Like und Abo noch und dann würde ich sagen Ciao Leute haut rein